jetzt geht es ans schlachten aber es fließt kein blut wir schlachten vegan der erste salat ist fertig und den schauen wir uns jetzt mal an und bevor der zugewuchert wird von den ganzen anderen pflanzen der hat sich super schön gemacht einen richtigen schönen kopf ausgebildet und der wird jetzt geköpft der kopf da ist ein salat halten halten wir neben dem kopf dass man sieht wie groß der ist nahe zum das größer ist der kopfhase jumi und über die rest des schweins freuen sich dann die schweine